Ich bin Martina Hesse, ich bin Schauspielerin und Schauspiel-Dozentin. Ich bin Ute Hamelmann, Kartonistin und Innovationsmanagerin. Worum geht's in unserem Buch? Magst du? Unser Buch ist ein Mix & Match aus Schauspiellehre und Innovationsmanagement. Und für Frauen gedacht, die diesen digitalen Wandel, diese sich verändernde Welt spüren und wahrnehmen, und einen Weg suchen, sich aktiv und bewusst darin zu positionieren. Damit möchten wir unsere Welt ein bisschen mitmenschlicher und nachhaltiger machen und für unsere Kinder lebenswert. An wen richtet sich unser Buch? Unser Buch richtet sich an Frauen und gerne auch an Männer, die einen Weg suchen jenseits von veralteten Rollenklischees, Denkmustern und Handlungsmustern. Das Gute ist, du kannst sofort anfangen, weil unser Prinzip ist, vom Kleinen ins Große, jede Bewegung zählt und aus vielen kleinen Bewegungen wird eine große Bewegung. Gab es einen Moment in unserem Schaffensprozess, der uns veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben? Allerdings, wir haben irgendwann gemerkt, dass diese doch sehr fremden Welten, Innovationsmanagement und Schauspiel viel mehr miteinander zu tun haben, als wir uns das vorher gedacht hätten. Und wir haben gedacht, da machen wir was draus. Und wenn wir da was draus machen können, dann könnt ihr das auch. Genau, und dieser Mix & Match, wir haben also wirklich versucht, die besten Methoden und Tools aus beiden Welten zu vereinen, um daraus Lernprozesse zu machen, Entwicklungsprozesse zu machen und ganz viele tolle Methoden, die du auch im Alltag mit deinen Kindern anwenden kannst, aber auch im Berufsleben. Was wollen wir unseren Lesern mitgeben? Frei nach Gandhi wollen wir den LeserInnen mitgeben, sei die Veränderung, die du dir wünschst. Oder ganz pragmatisch nach Kamala Harris, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ja, unsere Zeit ist jetzt.